Hey, Handy weg, ich bin nicht zum Training. Nein, ich bin am Abstimmen für den Thurgauer Sportsbeat. Wir sind nominiert. Ah ja, das habe ich gehört. Voll geil! Das ist auch verdient, oder? Wo kann man das mitmachen? Unter tkb.ch.sportpreis Hey Jungs! Kann ich jetzt auf eine Premiere? Und eure liebe HZT-Fans, danke für das Abstimmen, dass ihr mitmachen könnt. Tschau zusammen!